Hast du vielleicht eine Autoimmunerkrankung wie Rheuma, Lupus, Hashimoto oder MS? Oder leidest du unter Müdigkeit, depressiver Verstimmung, Verdauungsbeschwerden oder Muskel- und Gelenkschmerzen? In beiden Fällen kann es sein, dass du von einer anti-entzündlichen Ernährung profitieren könntest. Im ersten Fall, weil dein Körper autoimmun, entzündlich reagiert auf einen Reiz, der eigentlich harmlos ist. Hier können durch eine veränderte Ernährung die Symptome reduziert werden, die ja zu einer geringeren Krankheitslast beitragen. Eine Heilung von Autoimmunerkrankungen ist ja leider nicht möglich. Im zweiten Fall einfach nur, weil viele Entzündungen einfach nur durch unsere schlechte westliche Ernährung verursacht werden und durch das daraus entstehende überschüssige Fettgewebe, was Entzündungsmediatoren produzieren kann. Hi und herzlich willkommen heute zum neuen Video zum Thema entzündungsfördernde Nahrungsmittel. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal ein Video produziert zum Thema anti-entzündliche Ernährung und wie die auszusehen hat. Und weil das Video super bei euch ankam, heute mal die 5 entzündungsförderndsten Lebensmittel, die man vermeiden sollte, wenn man Entzündungen im Körper eliminieren möchte. Bevor wir dazu kommen, aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Meinen Kurs Cholesterin einfach wegessen gibt es noch bis zum 9. Juli mit 30% Rabatt. Darin lehre ich, wie man ohne Medikamente seinen Cholesterinspiegel nur durch Ernährung um bis zu 50% senken kann. Und wenn du einer von den 63% aller Deutschen bist, die einen zu hohen Cholesterinspiegel haben, könnte das genau richtig für dich sein. Und wenn du mehr über den Kurs erfahren willst, schau einfach unter www.silke-rosenbusch.de slash Cholesterin, da gibt es weitere Infos. Neben den klassischen Autoimmunerkrankungen können Entzündungen im Körper zu diversen gesundheitlichen Problemen führen, die offiziell keine Krankheiten sind und deswegen vom Arzt nur schwer diagnostiziert werden können. Die Ursache muss hier aber nicht zwingend eine Entzündung sein. Ich denke aber, es kann nicht schaden, wenn man für einen gewissen Zeitraum, sagen wir 4 Wochen, mal diese 5 Lebensmittel weglässt und schaut, ob sich die Gesundheitsbeschwerden irgendwie verbessern. Also so Sachen wie Müdigkeit, depressive Verstimmung, Muskel- und Gelenkschmerzen oder Verdauungsprobleme und ähnliches können tatsächlich durch entzündungsfördernde Nahrungsmittel verursacht worden sein. Und Lebensmittel Nummer 1, wie sollte es anders sein, ist natürlich der raffinierte Zucker, der zu Entzündungen beiträgt. Zucker ist in fast allem drin und die meisten Menschen verzehren viel zu viel von ihm. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt maximal 5% seiner Kalorien aus raffiniertem Zucker zu beziehen. Das heißt, wer 2000 Kalorien am Tag isst, darf dann maximal 100 aus raffiniertem Zucker essen. Damit ist jetzt tatsächlich Zucker gemeint und nicht, wie viele Low Carver denken, Kohlenhydrate, also nicht Obst, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Haferflocken und sowas. Zucker hat einen sehr hohen glykämischen Index, lässt damit den Blutzuckerspiegel sehr schnell steigen und hohe Zuckerspiegel im Blut führen dann wiederum zu Entzündungen. Und das passiert sowohl durch die Formierung von AGEs, sogenannte Advanced Glycation End Products, das ist, wenn Zucker mit Proteinen reagiert und Verbindungen eingeht, die dann eben entzündungsfördernd sind, aber auch durch die Steigerung von pro-inflammatorischen Zytokinen, wie TNF-Alpha, das ist der Tumor-Nekrose-Faktor-Alpha, aber auch durch die Stimulierung des NLRP3-Inflammasoms. Studien zeigen immer wieder, dass ein hoher Zuckerkonsum auch mit einer hohen Entzündungsbelastung im Körper einhergeht. Es ist daher ratsam, den Konsum von Zucker so weit wie möglich zu reduzieren und wenn man schon was Süßes essen will, auf Alternativen wie Obst oder Trockenfrüchte zurückzugreifen, die nicht diese negativen Auswirkungen haben und nicht die Entzündungswerte steigern. Das zweite Lebensmittel mit dem Potenzial, die Entzündungen im Körper zu steigern, sind die Transfette, die in vielen industriell hergestellten Lebensmitteln vorkommen. Sie entstehen bei der teilweise Hydrierung von Pflanzenölen und kommen deswegen vor allem in frittierten, in industriell hergestellten Backwaren und auch in Margarine vor. Transfette steigern nicht nur das Entzündungspotenzial im Körper, sondern außerdem den Cholesterinspiegel. Und genau wie Zucker machen auch Transfette das über unterschiedliche biochemische Mechanismen. Transfette können den NFK-B-Signalweg aktivieren. Durch die Aktivierung dieses Signalwegs kann die Produktion von entzündlichen Zytokinen und chemischen Botenstoffen erhöht werden. Transfette können aber auch zu einem Anstieg des oxidativen Stresses führen. Oxidativer Stress entsteht, wenn das Gleichgewicht zwischen der Produktion von freien Radikalen und den antioxidativen Abwehrmechanismen gestört ist. Und oxidativer Stress kann Entzündungen im Körper wiederum verstärken. Transfette können auch die Freisetzung von entzündlichen Zytokinen, zum Beispiel dem Interleukin-6 und dem TNF-Alpha und chemischen Botenstoffen wie Prostaglandinen erhöhen. Und diese spielen eben eine wichtige Rolle bei der Initiierung und Aufrechterhaltung von Entzündungsreaktionen. Um Transfette zu vermeiden, sollte man alles meiden, was industriell hergestellt ist und wo draufsteht, dass teilweise gehärtetes Pflanzenfett drin sind. Denn genau das sind die Transfette. Darüber hinaus sollte man zu natürlichen Fetten greifen, wie zum Beispiel Olivenöl, wenn es darum geht, einen Salat anzumachen, oder vielleicht zu Kokosöl, wenn man was erhitzen oder anbraten will. Darüber hinaus macht es natürlich auch Sinn, seine Nahrungsfette aus natürlichen Fetten, wie jetzt Nüssen, Avocados oder Samen zu beziehen, die nicht nur gesunde Fette enthalten, sondern auch noch Ballaststoffe und ähnliches. Der dritte Faktor, der Entzündungen im Körper steigern kann, ist das Fleisch. Sowohl unverarbeitetes, aber auch verarbeitetes Fleisch. Unter verarbeitetem Fleisch versteht man sowas wie Wurst, Hotdogs, Schinken, Burger. Unter unverarbeitetem Fleisch versteht man sowas wie ein Steak. Verarbeitetes Fleisch enthält oft entzündungsfördernde Verbindungen wie Nitrat, Nitrit oder auch heterozyklische Amine. Diese steigern nicht nur das Entzündungspotenzial, sondern auch das Risiko an Darmkrebs zu erkranken. Außerdem enthalten Fleischprodukte oft eine große Menge an gesättigtem Fett und an Cholesterin. Und auch gesättigtes Fett steigert, genau wie die Transfette, den oxidativen Stress im Körper. Und genau wie beim Zucker im Körper die AGEs, Advanced Glycation End Products, entstehen, entstehen diese auch bei der Fleischzubereitung bereits durch die Einwirkung von Hitze in der Pfanne. Und verzehrt steigern dann diese eben auch im Körper das Entzündungspotenzial. Mehrere Studien konnten einen Zusammenhang zeigen zwischen dem Verzehr von verarbeitetem Fleisch und der Entstehung von Krankheiten wie Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Krebsarten. Es ist daher ratsam, auf möglichst geringe Mengen von unverarbeitetem Fleisch zurückzugreifen oder aber zu pflanzlichen Proteinquellen zu greifen. Seien es Bohnen, sei es Tofu, sei es Tempeh, seien es Hülsenfrüchte, jeglicher Couleur. Das vierte Lebensmittel, auf das man verzichten sollte, wenn man sein Entzündungspotenzial im Körper senken möchte, ist das Weißmehl. Hier gilt exakt dasselbe wie beim Zucker. Weißmehl steigert den Blutzuckerspiegel und das sehr schnell. Und es bilden sich hier freie Radikalen, es bilden sich AGEs, es bilden sich Entzündungsmediatoren und Zytokine, die das Entzündungspotenzial steigern. Außerdem fehlen bei den Weißmehlprodukten wichtige andere Substanzen, die vor Entzündungen schützen können, nämlich Ballaststoffe. Vollkorngetreide senkt das Entzündungspotenzial im Körper, wohingegen Weißmehl es steigert. Man sollte daher, wenn man sein Entzündungspotenzial senken möchte, so oft wie möglich die Vollkornalternative wählen. Es gibt Vollkornkekse, mittlerweile im Supermarkt, natürlich nicht zuckerfrei, es gibt Vollkornnudel, es gibt Vollkornbrot, es gibt Vollkorn alles. Darauf sollte man zurückgreifen und nicht zu Weißmehl. Und das fünfte und letzte Lebensmittel, was man meiden sollte, wenn man Entzündungen im Körper senken will, sind industriell verarbeitete Öle wie Sojaöl, Sonnenblumenöl, Maisöl. Nicht unbedingt deswegen, weil sie per se ungesund sind, sondern weil sie zu viel Omega 6 und zu wenig Omega 3 enthalten. Das ist anders bei Walnussöl, auch bei Olivenöl und vor allem bei Leinöl. Hintergrund ist hier folgendes. Omega 6 wirkt entzündungsfördernd, Omega 3 wirkt entzündungshemmend. Und man sollte immer bevorzugt Omega 3 verzehren. Am besten in einem Verhältnis von maximal 1 zu 4, also ein Anteil Omega 3, vier Anteile Omega 6. Das hängt damit zusammen, weil beide essentielle Fettsäuren von einem und demselben Enzym im Körper weiterverarbeitet werden. Und dieses Enzym hat eine vierfach höhere Affinität, also Anziehungskraft zu Omega 3 als zu Omega 6. Die meisten Menschen haben in ihrer Ernährung ein Omega 3 zu 6 Verhältnis von ungefähr 1 zu 10. Und deswegen haben wir zu wenig Potenzial in unserer Nahrung, um anti-entzündlich vorgehen zu können. Dabei ist wiederum wichtig zu wissen, dass sowohl Omega 3 als auch Omega 6 zwar essentiell sind, aber die Mengen, die man davon braucht, wirklich sehr, sehr, sehr gering. 1,5 Gramm Omega 3 reichen aus. Das ist in der Regel in zwei Teelöffeln Leinsamen drin. Dementsprechend müsste man maximal 6 Gramm Omega 6 essen. Und um das zu verzehren, braucht man überhaupt gar kein zusätzliches Fett essen. Das ist drin in Obst, Gemüse, Folkern, Getreide, Hülsenfrüchte. Einfach nur so, weil das alles auch Fett enthält. Und das gilt auch, wenn wir von der Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen sprechen, also A, D, E und K. Man braucht kein zusätzliches Öl essen, um diese Vitamine aufzunehmen, weil Fette schon in Nahrungsmitteln drin sind. Und wer eh schon weiß, dass in seiner Nahrung ein beschissenes Omega 3 zu 6 Fettsäureverhältnis ist, der tut sich einen Gefallen, wenn er direkt zum DHA, also zum tierischen Omega 3 greift. Sei es, indem er fette Fischprodukte isst oder Fischöl, oder aber, wenn er vegan lebt, einfach zu DHA-Algenöl greift, dann hat man dieses Problem nicht, dass man darauf achten muss, wie das Omega 3 zu 6 Fettsäureverhältnis ist. Denn manche Leute brauchen ja auch einfach viele Kalorien und wollen diese dann eben nicht mit gesättigtem Fett und Fleisch aufnehmen, sondern halt mit Nüssen, Samen, Sojaprodukten und Ähnlichem. Also, um Entzündungen im Körper zu senken, sollte man diese 5 Nahrungsmittel meiden. Zucker, Weißmehl, Fleisch und vor allem verarbeitetes Fleisch, Transfette und Omega-6-lastige Öle. Stattdessen greift man bevorzugt zu Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, gegeben als fitten Fisch und DHA aus Algenöl. Und wie gesagt, etwa 4 Wochen reichen aus, um schon Veränderungen feststellen zu können, für den Fall, dass man an einem der Gesundheitsprobleme leidet, die ich eingangs genannt habe. Und wer wissen möchte, wie das geht und wie man das umsetzt, der hat vielleicht Lust, dieses Video zu schauen, darin erkläre ich nochmal genau, wie eine anti-entzündliche Ernährung geht und verlinke auch ein PDF zu einem 7-Tage-Ernährungsplan, anti-entzündliche Ernährung, den man durchführen kann. Diesen Ernährungsplan kannst du dir übrigens auch kostenlos runterladen unter www.silke-rosenbusch.de slash anti und darüber hinaus hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gib mir einen Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar, abonniere mich und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann, ich sag ciao, eure Silke. Vielen Dank.